Modul 7. Projekte abschließen. Auch das schönste Projekt geht irgendwann einmal zu Ende. Denn schließlich bringen Projekte Menschen zusammen, die sonst so nicht zusammenarbeiten. Und bevor ihr euch direkt ins nächste Projekt und die nächste Aktion und den Alltag stürzt, möchte ich euch heute einladen, innezuhalten und das Ende eines Projektes wirklich zu markieren. Zu feiern sogar. Denn Feiern gibt uns eine Chance, zurückzutreten vom alltäglichen Stress, Danke zu sagen und Beziehungen zu pflegen. Denn schließlich wollen wir hoffentlich ja noch länger miteinander aktiv bleiben. Das Wanderbaumprojekt hatte ja mit dem Erntefest eine Abschlussfeier ganz explizit in den Projektplan eingebaut. Das war echt schön. Da waren die Nachbarschaftsprojekte dabei, die Bürgermeisterin, die Presse. Aber das war auch richtig aufwendig zu organisieren. Und so freuten sich dann auch alle, dass Aiden und Kay sich zusammentaten, um alle noch einmal zu bekochen. Ganz entspannt zusammensitzen und einmal über das Projekt zu sprechen. Denn so ein Projektabschluss ist auch ein guter Moment, um das Tempo herauszunehmen. Womöglich war es in den letzten Wochen stressig und ihr habt mehr hereingesteckt, als langfristig gut ist. Nehmt euch die Zeit, auch einmal wieder Energie zu tanken, auszuruhen, neue Ideen und Inspirationen zu finden. Zeit für eine Pause. Eine Pause, bevor es dann weitergeht. Es ist schön, am Ende eines Projektes auch etwas Bilanz zu ziehen und miteinander zu lernen. Ich habe hier ein paar gute Fragen für euch mitgebracht. Fragt euch zum Beispiel, was könnten wir anders machen, wenn wir das Projekt noch einmal durchführen würden? Oder was sollten wir bei zukünftigen Projekten auf jeden Fall wieder einbauen, weil es so gut war? In der Aufgabe unten findet ihr noch ein paar mehr Ideen für eine Projektretrospektive. Und womöglich wollt ihr eure Erfahrungen dann auch mit anderen teilen. Mit eurer Community, mit allen, die euch unterstützt haben. Und vielleicht auch mit einer weiteren Öffentlichkeit. Über Presse, Konferenzen, vielleicht sogar einen Preis, eine Auszeichnung. Und natürlich, wer mag, verabredet sich gleich. Um nach einer guten Pause ein neues Projekt zu erträumen. Denn so sät ihr die Samen für die nächste Aktion. Und damit kommen wir zum Ende unseres Projektzyklus. Angefangen zu träumen, weiter zu planen, ins Handeln gekommen und nun miteinander zu feiern. Ich hoffe, ihr habt in diesem Kurs viele Ideen für eure Projekte mitgenommen. Und vielleicht habt ihr sogar bereits angefangen, diese anzuwenden.